Moin Leute, hier ist Tim und wir bewegen uns rasant auf Black Friday und das Weihnachtsgeschäft zu und deswegen wird es auch wieder Zeit für neue Kaufberatungen, sowohl für Gaming-PCs in verschiedenen Preisklassen als auch für einzelne Komponenten und wir starten heute mit der schwierigsten Kategorie, muss man ehrlich sagen, nämlich mit den Grafikkarten. Welche Grafikkarten kann man denn aktuell überhaupt noch einigermaßen akzeptabel kaufen, welche lohnen sich, was für gebrauchte alte Modelle sind vielleicht noch attraktiv und bei welchen neuen Modellen der aktuellen Generation sollte man noch zuschlagen. Alle Grafikkarten, die ich in diesem Video empfehle, alle neuen Modelle findet ihr in der Geizheitswunschliste in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, wir fackeln gar nicht weiter lange und legen direkt los. CDKDeals.com ist nicht nur die Anlaufstelle für günstige Game Keys, sondern auch für originale Windows 10 und 11 Keys. Im November Sale kannst du außerdem nochmal extra sparen. Bis zum 30. November bietet dir mein exklusiver Code GHD20 ganze 35% Rabatt auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key weniger als 12 Euro und auch der lässt sich später kostenlos auf Windows 11 upgraden. Als sichere Zahlungsmethode steht dir unter anderem Paypal zur Verfügung und nach der Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich habe schon mehrfach Keys bei CDKDeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows Einstellungen aktivieren. Links zu CDKDeals findest du in der Videobeschreibung. Natürlich ist es leider immer noch so, dass Grafikkarten viel zu teuer sind. Die hohen Kryptopreise und die allgemeine Chipknappheit auf dem Markt treibt die Preise weiter nach oben. Die Grafikkartenpreise sind nochmal wieder leicht angestiegen. Sieht man in vielen Preisverläufen, beispielsweise bei den Produkten auf Geizhals, aber auch bei verkauften Grafikkarten auf Ebay, dass die Preise nochmal leicht nach oben gegangen sind. Wer sich derzeit eine neue Grafikkarte anschaffen möchte, ist also in einer ziemlich bescheidenen Situation, muss man ehrlich sagen. Auch wer sich grundsätzlich überhaupt meinen, vielleicht den ersten Gaming-PC oder neuen Gaming-PC zusammenstellen möchte, wird bei der Wahl der Grafikkarte halt vor die Frage gestellt, was kann ich mir überhaupt noch leisten? Und welches Modell ist denn vielleicht sinnvoll, wo kann ich ein bisschen Geld sparen? Je nachdem auch, was für einen Monitor man zu Hause hat, also in welcher Auflösung man insgesamt spielt. Ich werde hier jetzt auf verschiedene Grafikkartenmodelle eingehen, die aus meiner Sicht derzeit noch was taugen und bei denen es Sinn machen würde, zuzuschlagen, je nachdem in welcher Situation man ist. Das fängt so bei ungefähr 250 Euro an. Weniger würde ich für eine Grafikkarte nicht ausgeben, muss ich ehrlich sagen. So viel Geld muss man im Moment schon in die Hand nehmen, um überhaupt noch irgendwie einen brauchbaren Gaming-PC letztendlich zu Hause stehen zu haben. Das ist eigentlich ganz interessant. Die günstigsten Grafikkarten, das sind alte, gebrauchte Nvidia-Grafikkarten, die nicht mehr produziert werden, die man also auch auf dem gebrauchten Markt kaufen muss. Dann so der Midrange-Bereich wird dann eher von AMD-Grafikkarten dominiert, denn Nvidia hat in der eigentlichen Mittelklasse, muss man ehrlich sagen, derzeit einfach nicht wirklich was anzubieten. Und die günstigsten Grafikkarten aus den aktuellen Lineups kommen nun mal von AMD und deswegen findet man die dann auch hier in meiner Empfehlung im Mittelklasse-Bereich. In der Oberklasse rutscht es dann langsam wieder in Richtung Nvidia. Das liegt einfach daran, dass Nvidia mit den Light-Hashrate-Grafikkarten schon dafür gesorgt hat, dass ihre Modelle etwas günstiger vom Preis bleiben, da sie einfach nicht so attraktiv für meiner sind und das bremst die Preissteigerung halt etwas ab und dadurch sind die Nvidia-Grafikkarten, was die Oberklassenmodelle angeht, meistens vom Preis-Leistungs-Verhältnis derzeit einfach ein bisschen attraktiver als die AMD-Modelle. Also wir fangen gleich an mit ein paar Nvidia-Empfehlungen. Umso teurer wir werden, desto eher geht es dann kurz zu AMD rüber und dann am Ende wieder zu Nvidia. Ich habe schon gesagt, die günstigste Grafikkarte, die ich aktuell empfehlen würde, bekommt man so ab 250 Euro gebraucht und das wäre eine GTX 1060 mit 6 GB Grafikspeicher. Es gibt die Grafikkarte ja auch mit 3 GB Grafikspeicher. Man könnte sagen, wer aber nur in Full HD zockt und vielleicht nicht die aktuellsten Spiele, da reichen ja vielleicht auch 3 GB. Ja, das ist richtig, aber die 6 GB Version der GTX 1060 hat auch mehr Rechenkerne, mehr Shade-Einheiten und so weiter. Also ist auch ansonsten etwas besser ausgestattet. Deswegen lohnt es sich da schon, auf 6 GB Modell zu setzen. Das ist auch deutlich teurer, muss man ehrlich sagen. Es kostet teilweise bis zu 100 Euro mehr, ist aber auch tatsächlich deutlich besser in der Gaming-Performance. Die Grafikkarte bekommt man gebraucht so für 250 bis 300 Euro auf Ebay, wenn man da ein gutes Angebot erwischt und reicht für viele Spiele immer noch in Full HD in hohen Grafikeinstellungen aus für flüssige 60 FPS. Also wer keinen High-Refresh-Rate-Monitor hat, bei dem, sag ich mal, ein bisschen mehr als 60 FPS im Schnitt so ausreichen, der kann damit wirklich viele Spiele noch in hohen Grafikeinstellungen spielen und grafisch aufwendigere Spiele dann halt mit reduzierten Einstellungen auf niedrig beispielsweise. Da ist tatsächlich noch vieles machbar. Die GTX 1060 habe ich auch noch in meiner Benchmarkliste drin. Und da seht ihr halt, in Full HD erreicht die Grafikkarte im Schnitt bei mir in höchsten Grafikeinstellungen, in denen ich ja meine Spiele teste, tatsächlich noch knapp die 60 FPS-Marke. Weniger als diese 250 bis 300 Euro würde ich für eine Grafikkarte wirklich nicht ausgeben. Wenn man dann bei den weiteren Komponenten für einen Gaming-PC so maximal spart, sich beispielsweise einen i5-10400F holt mit 16 GB RAM und einer 1 TB SSD und die anderen Komponenten so drumherum, meistens das günstigste, was es auf dem Markt gibt, dann schafft man es mit einer GTX 1060 6 GB, sich einen Gaming-PC für 700 Euro zusammenzustellen. Und das ist in den heutigen Zeiten tatsächlich, muss ich sagen, doch noch okay. Klar, normalerweise wird man für 700 Euro einen deutlich besseren Gaming-PC bekommen, aber vielleicht als Übergang, als Übergangslösung für ein bis zwei Jahre, wenn man sowieso nicht die krassesten, grafisch aufwendigsten Spiele spielt, ist das vielleicht noch akzeptabel. Wer mehr Gaming-Performance haben möchte, ein bisschen sicherer sein will, über die nächsten ein bis zwei Jahre vielleicht auch etwas mehr FPS halt haben will, ein bisschen aufwendigere Spiele spielt, der könnte dann noch auf eine GTX 1070 oder 1070 Ti setzen, die findet man so für um die 350 Euro gebraucht auf Ebay. Mit der wäre auch 1440p Gaming in weniger aufwendigeren Spielen gerade so schon möglich. Wenn wir uns die auch in meiner Benchmark-Liste anschauen, sehen wir, dass die GTX 1070 auch schon fast die 60 FPS-Marke in 1440p erreicht. In Full-HD aber schon bei guten, sehr flüssigen 80 FPS liegt im Durchschnitt in, wie gesagt, höchsten Grafikeinstellungen, in denen ich meine Spiele teste. Da sind natürlich welche dabei, die liegen dann im Schnitt in Full-HD auch mal bei 110 oder 120 FPS und andere statt bei 80 dann nur bei 60 FPS. Da muss man natürlich individuell immer schauen. Aber solides Full-HD-Gaming ist mit der Grafikkarte in den meisten, ja tatsächlich fast allen aktuellen Spielen noch möglich. Bei sehr grafisch aufwendigen Spielen, die auch nicht so gut von der Performance sind, wie Cyberpunk oder auch jetzt das neue Battlefield 2042, so wie es derzeit aussieht, wird es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Aber bei den meisten anderen Spielen sollte das eigentlich kein Problem sein. Insgesamt ist das einfach eine etwas bessere Übergangskarte, sage ich mal, für Full-HD-Gamer im Vergleich zur GTX 1060. Dann, wer noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, wir bewegen uns immer noch hauptsächlich im Bereich Full-HD-Gaming. Ihr könnt sich für 450 Euro auch eine gebrauchte RTX 2060 zulegen. Mit der ist Full-HD-Gaming dann nochmal mit höheren Bildraten möglich. Die hatte ich selbst zwar nicht im Test, ich hatte nur die Super-Variante, aber die normale 2060 ist halt einfach ein bisschen schlechter. Da bewegen wir uns dann so bei um die, ja, etwas mehr als 90 FPS hier in meinem Vergleich, im Durchschnitt wahrscheinlich in Full-HD. Also nochmal etwas besser für Full-HD-Gaming geeignet. Mit einigen Spielen kann man dann wahrscheinlich auch schon sehr gut mit einem 120- oder 144-Hertz-Monitor spielen. Und wer ein 1440p spielt, ich würde sagen mit einer RTX 2060, das ist so die erste Karte, wo ich sagen würde, okay, wer ein 1440p-Monitor hat und eine günstige Grafikkarte sucht, da könnte man vielleicht noch zuschlagen, denn mit der 2060 sollte man eigentlich in vielen Spielen in 1440p auch durchgängig die 60-FPS-Marke überschreiten, auch in hohen Grafikeinstellungen, sodass man da vieles derzeit tatsächlich auch noch ordentlich mitspielen kann. Man muss aber nicht viel mehr Geld ausgeben, um dann tatsächlich auch die erste neue Grafikkarte hier in meinen Empfehlungen sich leisten zu können. Eigentlich fand ich die beim Release nicht so gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt, nämlich die RX 6600 von AMD. Aber dadurch, dass alle Grafikkarten nochmal teurer geworden sind, bewegt die sich jetzt tatsächlich in so einem Preis-Leistungs-Verhältnis-Rahmen, wo man sie doch empfehlen könnte. Entweder für ambitionierte Full-HD-Gamer, die halt tatsächlich auch mit einem 120- oder 144-Hertz-Monitor spielen. Die Grafikkarte ist ja eigentlich auch als Full-HD-Karte konzipiert. Nur ist das Problem, dass die Grafikkarte mittlerweile auch ganze 550 Euro kostet. Und 550 Euro für eine RX 6600 ist schon... Boah, das tut eigentlich echt schon weh, das dafür auszugeben. Aber in dem Preisbereich ist es halt leider immer noch die beste Wahl aktuell. Deswegen meine Empfehlung, wer eine sehr gute Full-HD-Grafikkarte sucht, die auch noch zwei bis drei Jahre durchhalten soll, der sollte dann vielleicht überlegen, sich eine RX 6600 zuzulegen. Wie gesagt, 550 Euro muss man ungefähr dafür hinlegen im Moment. Und ansonsten gilt natürlich dasselbe für die 2060. Auch 1440p wäre mit der Grafikkarte schon machbar, wenn man dann in manchen Spielen die Details ein bisschen reduziert oder halt Bildraten von guten 60 FPS ausreichen. Der eigentliche Preis-Leistungs-König, sag ich mal, im Bereich Full-HD-Gaming sollte eigentlich die RX 6600 XT sein. Die habe ich in meinem Test bei mir auf dem Kanal auch sehr, sehr gelobt. Die war ja tatsächlich auch zum Release sehr, sehr gut verfügbar. Viele werden sich wahrscheinlich sehr freuen, dass sie damals zugeschlagen haben und sich die Grafikkarte für um die 400 Euro zugelegt haben. Denn mittlerweile muss man für eine RX 6600 XT neu nämlich schon zwischen 650 und 700 Euro hinlegen. Also auch hier haben wir einen deutlichen Preisanstieg. Und die RX 6600 XT ist eigentlich die perfekte Full-HD-Karte im Moment. Denn damit seht ihr auch bei mir in den Benchmarks erreicht man tatsächlich in Full-HD in höchsten Grafikeinstellungen in vielen Spielen auch die 120-FPS-Marke. Über 100 FPS tatsächlich in den meisten Games. Und wenn man die Grafikeinstellungen minimal reduziert, dann sind auch 144 FPS sicherlich kein Problem. Und selbst wenn man seinen Monitor mal upgraden sollte auf dem 1440p-Monitor, liegt man damit um die 90 FPS tatsächlich in einem sehr, sehr gut spielbaren Bereich. Wie gesagt, in hohen bis höchsten Grafikeinstellungen. Also mit der Grafikkarte ist man auf jeden Fall für die nächsten zwei bis drei Jahre sehr, sehr gut aufgestellt und sollte es eigentlich schaffen, diese aktuell wirklich bescheuerte Situation auf dem Grafikkartenmarkt gut zu überbrücken. Aber leider kostet die Grafikkarte mittlerweile halt auch fast 700 Euro. Wenn wir uns überlegen, was eigentlich eine RTX 3080 720 Euro kosten sollte, da bin ich wirklich sprachlos, was das mittlerweile für Preise sind. Aber wer das Geld zur Verfügung hat und etwa dieses Budget in eine Grafikkarte stecken will, in eine neue Grafikkarte, da würde ich tatsächlich zur RX 6600 XT greifen. Die nächst bessere Variante, die ich empfehlen würde, jetzt shiften wir wieder langsam so zu Nvidia rüber, wäre die RTX 3060 Ti. Die bekommt man im Moment so ab 800 Euro. Da würde ich jetzt auch sagen, die sollte man sich wirklich nur anschaffen, wenn man auch in 1440p mindestens spielt. Wenn Full HD spielt, wird mit einer RX 6600 XT auf locker auskommen erstmal. Deswegen solltest du in 1440p spielen, dann RTX 3060 Ti, wenn du jedenfalls flüssig immer in den höchsten Grafikeinstellungen spielen möchtest, denn mit der Grafikkarte erreicht man da im Schnitt auch schon immer über 100 FPS. Und ich denke, man kann sich glücklich schätzen, wenn man so eine starke Grafikkarte derzeit in seinem Rechner hat, bei den aktuellen Preisen. Ansonsten wäre die RTX 3060 Ti aus meiner Sicht auch die erste Grafikkarte, mit der dann 4K-Gaming sinnvoll möglich wäre, denn die erreichte bei mir in den Benchmarks im Schnitt 60 FPS in 4K. Das heißt, wenn man da entsprechend die Details anpasst, schafft man auch noch mal ein paar FPS mehr und mit der Grafikkarte könnte man tatsächlich aktuelle Spiele auch schon in 4K spielen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Die nächsten beiden Grafikkarten sind die RX 6700 XT und RTX 3070. Eine RX 6700 XT bekommt man derzeit so für 950 Euro, aber wenn man regelmäßig in die Shops mal reinschaut und die durchstöbert, immer im Blick behält, sollte man die eigentlich auch ab und zu mal für 900 Euro finden. Die ist normalerweise sehr gut verfügbar, die RX 6700 XT und die liegt von der Performance halt genau zwischen einer 3060 Ti und einer 3070. Und eine 3070 kostet derzeit so um die 1.000 Euro. Das heißt, das wären so die nächsten zwei Optionen, wenn man noch mal mehr Performance haben möchte und wirklich in 1440p dann auch die 120- oder 144-FPS-Marke erreichen möchte. Da wäre dann meine Empfehlung RX 6700 XT oder RTX 3070, je nachdem, ob man nun die 100 Euro mehr oder weniger noch zur Verfügung hat oder eben nicht. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zur teuersten Grafikkarte, die ich derzeit noch empfehlen würde, trotz dieser übertriebenen Grafikkartenpreise. Und das wäre die NVIDIA RTX 3080. Warum empfehle ich da nichts mehr drüber? Naja, hat einen relativ einfachen Grund. Eine RTX 3080 Ti ist so gute 5% noch mal schneller, ein bisschen mehr und eine RTX 3090 so um die 10% noch mal besser. Die beiden Modelle kosten aber exorbitant viel mehr als eine RTX 3080. Deswegen würde ich sagen, wenn du wirklich die beste Grafikkarte derzeit haben möchtest, die noch ein einigermaßen akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis hat, dann würde ich zu einer RTX 3080 greifen. Die bekommt man aktuell so für 1400 Euro, wenn man ein gutes Angebot findet und immer mal wieder reinschaut. Und diese Grafikkarte wäre wirklich für Enthusiasten geeignet, die mindestens in 1440p spielen. Ich habe beispielsweise auch eine RTX 3080. Ich spiele in UWQHD, also 3440x1440, da ich einen 21 zu 9 Monitor habe. Und für mich ist das quasi so die perfekte Grafikkarte, wenn man auch, wie ich, aktuelle Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielen möchte. Weil mit der RTX 3080 erreicht man halt schon die 144 FPS-Marke in 1440p. Und wenn man einen 4K-Monitor hat, liegt man da auch schon in den höchsten Einstellungen bei stabilen 90 FPS im Schnitt in meinen Spielen, die ich in den Benchmarks getestet habe. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Werte. Ist natürlich auch klar, man hat da eine der besten Grafikkarten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und wie gesagt, mehr Geld würde ich nicht für eine Grafikkarte ausgeben. Eine 3080 Ti kostet schon 1700, 1800 Euro. Eine 3090, da brauchen wir gar nicht erst von Anfang, denn die gibt es nicht als Light-Hashrate-Version. Deswegen liegen die Preise weit jenseits der 2000 Euro. Würde ich tatsächlich keinem Gamer derzeit empfehlen. Grundsätzlich meine Empfehlung noch zum Abschluss. Ich würde tatsächlich derzeit immer versuchen, Gebrauch zu kaufen, wenn man jedenfalls ein begrenztes Budget hat. Und man nicht so eine Einstellung hat, ja, ob ich nun 200 Euro mehr ausgebe oder nicht, das ist mir egal. Also wer aufs Geld achten müsste, sollte wirklich in Betracht ziehen, auch eine Grafikkarte gebraucht zu kaufen. Gerade bei den Nvidia Light-Hashrate-Grafikkarten, die man ja derzeit eigentlich nur noch im Handel bekommt, außer bei der RTX 3090, braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass die Grafikkarten irgendwie monatelang in Mining-Rigs liefen oder so. Denn die sind für Miner uninteressant, da die einfach eine zu geringe Hashrate haben. Und außerdem sind diese Grafikkarten ja erst seit ein paar Monaten auf dem Markt. Ich denke, eine gebrauchte beispielsweise RTX 3060 Ti Light-Hashrate kann man tatsächlich bedenkenlos kaufen. Und da kann man vielleicht dann nochmal so 100 Euro sparen im Vergleich zum Neupreis. Und das macht dann tatsächlich diesen Aufpreis, den man derzeit zahlen muss, für Grafikkarten nicht mehr ganz so schlimm. Nehmen wir mal die RTX 3060 Ti als Beispiel. Kostet derzeit 800 Euro. Wenn man die vielleicht gebraucht für 700 bekommt, ist immer noch ein deutlich zu hoher Preis. Aber dann zahlt man halt nicht mehr 400 Euro mehr, sondern nur noch 300 Euro mehr. Wenn wir uns die günstigeren Grafikkarten anschauen, sieht das alles nochmal etwas besser aus. Beispielsweise eine RX 6600 XT liegt dann nicht mehr bei 680 Euro, sondern vielleicht bei 580 Euro und kostet dementsprechend nur noch 200 Euro mehr, als sie eigentlich kosten sollte. Ist natürlich ein bisschen Schönrederei. Ich weiß, aber was soll man machen? Wir können die Situation ja derzeit einfach nicht ändern. Und man muss ja irgendwie versuchen, an möglichst vielen Ecken irgendwie noch Geld zu sparen, damit man sich ja seine Grafikkarte halt leisten kann. Und das sind nun mal die Möglichkeiten, die wir derzeit haben. Wie gesagt, ihr findet nochmal alle neuen Grafikkarten, also Grafikkarten der aktuellen Generation, zum Bestpreis in der Geizheitswunschliste, in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde mich natürlich noch interessieren, was ihr aktuell zum Grafikkartenmarkt sagt. Gibt es vielleicht noch Modelle, die ich nicht erwähnt habe, die ihr empfehlen würdet. Würde mich auch interessieren. Und vielleicht auch nochmal zum Abschluss ganz wichtig, Ich bin hier jetzt natürlich nicht auf verschiedene Custom-Modelle eingegangen. Das liegt einfach daran, dass sich das quasi täglich, wöchentlich ändert, welches Custom-Modell man nun gerade für einen einigermaßen günstigen Preis bekommt, da die Grafikkarten ja meistens sehr schnell wieder ausverkauft sind. Und gerade bei günstigen Angeboten sollte man dann tatsächlich einfach das nehmen, was man kriegen kann. Wenn man jetzt noch den Anspruch hat, okay, es soll jetzt aber unbedingt eine Asus ROG Strix sein, dann muss man tatsächlich oft halt nochmal vielleicht 100 Euro mehr oder so auf den Tisch legen, um diese Grafikkarte safe zu bekommen. Was ich auch sehr empfehlen kann, wo wir gerade beim Thema Asus sind, den Asus Webshop im Blick zu behalten. Die Asus verkauft ja über seinen eigenen Shop auch Grafikkarten. Da bekommt man die Modelle häufig in Bundles mit ein oder zwei anderen Komponenten mit dabei. Wenn man diese Komponenten dann im Nachhinein verkauft oder man sich sowieso einen PC zusammenstellt, dann kann man somit vielleicht nochmal wieder ein paar Euro sparen, teilweise sogar 100 Euro sparen. Da würde ich tatsächlich empfehlen, dort auch mal vorbeizuschauen und sich vielleicht zu überlegen, ob es im Endeffekt vielleicht günstiger ist, attraktiver ist, sich eins dieser Bundles anzuschaffen. Das waren auf jeden Fall noch wichtige Dinge, die ich zum Ende des Videos nochmal erwähnt haben wollte. Und ja, ansonsten war es das jetzt von mir mit dieser Grafikkartenkaufberatung. Ich bin raus, haut rein!